Menschen vielleicht am Arsch vielleicht kommt so dann ein Kleidung um die Ecke und springt den Startkampf und ich bin da und dann bin ich immer in der Welt am Arsch und kommt mal nach Hause ich glaube ich besucht man dieser Folge noch unterstiegs Stichwort Max von 3 ein bisschen mehr für der Fendt-Tisch und der Wiener und das in der Schweiz das ist kein Wetter in aus dem Holzfeld aber das muss man ja in Minecraft ja tun Holz ist ja das Oberbund ja eben auch hier wie ein Tutorial Warte mal, ich hab nicht mal wie ein Tutorial so man muss Holzfällen dann muss man so ein Ausbau und das ist natürlich das A und O und Holzer Tüchst ist dies und das und kostet 3 44 bei Netto äh ich meinte äh so wie soll ich mir bitte so hier wird sagt sagt da wird sagt sagt so so ich habe mir viel zufrieden das ist schön ich glaube schon aus dem Weiß Holz für einen kleinen Boden ich glaube ich kann es eben wenn Lager der Werkzeuge oder Zeugel mit Sonnenlicht und der Eisner das war noch andere Sachen und er ich habe mit dieser Geltung quasi ich bin erlaubt und wie viel mehr aber das ist wettbewerb es ist jetzt ich hoffe bald auf jeder Mann ach du scheiße ich wollte gerade so reichen rein nicht übernicht hin so ist man hier in der Tatatata da hat erlaubt und der Robo Maschinen das ist dann würde ein bisschen und ganz tief runter geht dann lach ich was ist denn ab Lieder kommen besetzt noch ja die Nürnberg als Deko kommt nicht mal mit in einem Garten sie ist auch noch schöner aus ich bin ihm an so einen großen Wald und gehe meinen kleinen Wald hier abholten ich gehe mal auf Schafenjagd Schafe Schafe und hier ist ein großer Wald eigentlich bin ich hier was bauen ohne Witz so ein kleines Bauernhäuschen die nicht mit auf jeden Fall eine Hülle nicht auf jeden Fall erst mal nicht weil er hat er gesehen letzte Folge voller zur Folge die dritte zur Folge da manche den Kuiper Hixen alles andere das war extrem im Spiel ist für mich aber ich habe zu nehmen und ist hier der Schabermütz im Baum schüttelt meine 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 kaum ist die Schwertmacher der ich habe davon wir hätten von der Waldbrand gegeben oder schlieb m die GDG die Mütter zum Haus im Baum holz am Holz genommen mit Baumholz weiter Nene am Haus man sich jetzt so die Masse zu finden die hier ich verstehe das das war mich für den Trickscheiß und so und er war auch ein Punkt Prozent nebenbei und ich habe den Schlechtung das Landmüchel geboren und auch ein bisschen aber das wir können schon weitermachen die sind seine Bauideen mann auch kann aber seine Umsetzung vom Regen die Folgen in der Saison für mich langweilig folge 200 oder so habe ich angeguckt von Anfang gekuckt 900 aufgehört weil es nach dem langweilig war und warum ist man die Tür offen das ist immer und etwas aus Prinzip und ich weiß nicht immer warum ich immer oder sowas sagen das ist ein langweilig aber was soll man sagen was soll man sagen was soll man sagen ich will sehen wie man die Küste jetzt auch hier irgendwie das hier aussieht ich will nochmal hier ich hab hier habe ich noch was vor genau da wollte ich hier noch Glas hinbauen das war masselig die Städte voll schocken mit zack der Klinik so das ist die um auch unter ich soll es nicht mach ich mal schnell zurück hier noch zu können auch nicht aufgebucht sein Lula war weg wo war was passiert hier hat man keine Lust Borussia Stuttgart und nein mit der Folge wird und zum Stuttgart manche das nicht ich will ganz gut erfahren im Display aber müssen Decke noch mal ausgefüllt weil ich guck nach da und obwohl man nie mal falls auch da an der Sektor ist das Volkland ich wollte Scheiben haben kann ich mich ein schönes Fenster hinbauen und sich jetzt diese Kranzerei machen was wäre ein Style nötig kann ich mal hier kurz das hier weg machen so jetzt habe ich keine Pläne aber am Haus wenn man schöner aussieht das kann ich weg machen ja das sieht doch besser aus ohne Witz das ist jetzt viel besser da ist ein Stiss hier das ist jetzt schwer hier das müsste jetzt eigentlich genau hier anliegen Faket aber ich könnte hier eigentlich hier so einen Balken heruntersetzen und einen Balken hier so drüber genau hier war alles auch noch schön und wenn ich die Steine eingeschweckt habe ich noch so ein Plänchen es wird wieder dunkel eigentlich ist jetzt egal das ist jetzt hier so anliegend das könnte ich wegpacken dann kann ich hier mal einen Schlafraum machen hier dann ist hier mein Bett paar Kisten noch aber ja ok mhm so zack zack wir zack ich will die sich nur unterrichtet so du wick nun sehr voll geil so zu füchten müssen reichen ja auf jeden Fall das ist auch nicht aus dem Leben immer wieder was sie so zack 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 die Facultus da oben hin ein durch durch die von der Wände schön eine durchsteigen so dann kommt da mal ein Bett hinein ich schlafe mich ah da habe ich schon einen kleinen Ausblick nach draußen ok auch schon du schläfst hier eine Kiste rein genau dann kann schon eine Kiste rein mal lang noch so mach schon mal schnell dann kommt die wertvollen Sachen rein naja sieht schon was man kann es eigentlich machen oder was denken wir solche was anbauen oder so schau